Musik Greinau am Fuß der Zugspitze. Ein Urlaubsdorf, das von Fremden lebt. Nicht besonders willkommen waren die Fremden, die in den letzten Kriegstagen hierher flüchteten. Es ist eine wilde Zeit, als Peter Schneider in diesem Haus lebt. Mit 3 kleinen Geschwistern und seiner Mutter nach langer Flucht durch ganz Deutschland. 2 Männer liebt diese Frau zur gleichen Zeit. Die Lieben meiner Mutter. Eine packende Erzählung über bedingungslose Hingabe, Freiheitsdurst und Verzweiflung. Das Sittenbild einer dramatischen Zeit. Hungersnot, versprengte SS-Einheiten, die sich in Heustadeln vergriechen, die Einrücken der US-Armee. Was für eine Zeit, was für ein Stoff. Aber all diese Dramen beschreiben nicht die größte Not der Mutter. Fast taub, mit vorsätzlicher Unempfindlichkeit, geht sie mit ihren Kindern. Vorbei an den Trümmern und Bombenkratern. Vorbei an den Lastwagen mit verbrannten und verwesenden Leichen. Vorbei an den Toten und den Schwerverletzten. Der Stachel, den sie im Herzen trägt, der in ihrem Lebenswillen zehrt und sie fast umbringt, hat nichts mit dem Krieg zu tun. Der Eibsee inmitten einer grandiosen Berglandschaft wird zum Schauplatz eines Dramas, dessen Kraft nicht zuletzt aus den Briefen der Mutter kommt. Rückhaltlos, offen und literarisch bestechend schreibt sie über ihre Lieben und das schwere Leben dieser Zeit. Peter Schneider hat das heftige, kurze Leben seiner Mutter aufgeschrieben. Der einstige Wortführer der 68er-Bewegung entdeckt mit Staunen und Bewundern die Radikalität dieser Frau. Die 68er waren ja stolz darauf, die Liebe, die Sexualität befreit zu haben. Als sie dann das Leben ihrer Mutter entdeckten, wie haben sie das empfunden? Ja, es war eine Verblüffung. Denn was meine Mutter, mein Vater und dieser gemeinsame Freund und Liebhaber da angestellt haben, das ging ja über die Experimente, die wir gemacht haben, schon gewaltig hinaus. Also das kam mir dann vor wie eine Schülerübung, was wir da unternommen haben. Und das haben die ja mitten im Krieg gemacht. Diese unglaubliche Toleranz Ihres Vaters, wie erklären Sie sich die? Er wollte erst mal unbedingt diese Familie erhalten. Zweitens hat er seine Frau geliebt. Sie ihn übrigens auch. Und dann kommt was Drittes. Der Krieg führt offenbar zu einer Toleranz, die man sich in Friedenszeiten nicht vorstellen kann. Ich meine, die haben doch alle von einem Tag auf den anderen geliebt, von einem Augenblick auf den nächsten. Allen war immer klar, es kann jederzeit aus sein. Und das verändert die ganzen Einstellungen. Das Interessante an dem Buch ist aber, dass es sich eben nicht nur um ein Einzelschicksal handelt, so kurios es sich lesen mag, sondern es ist wirklich eine dieser unglaublichen Frauen, die mit vier kleinen Kindern den Krieg überlebt. Und jeden Tag war ein Überlebenskampf. Kein Einzelschicksal. So ist es. Ich glaube auch, was man am Schluss sieht, das ist ja dann am Ende eine sehr, sehr traurige Geschichte. Meine Mutter ist am Ende ihres Lebens und das mit 41 Jahren vollkommen entkräftet. Sie kann das immer noch großartig ausdrücken. Also ich habe selten über Verzweiflung, Entkräftung, nicht mehr können, so ergreifende Dinge gelesen wie in den Briefen meiner Mutter. Das war auch beim Schreiben so. Also ich habe geheult manchmal, wenn ich das gelesen habe und geschrieben habe. Da gibt es ja auch tolle Sätze. Es ist ein scheiß Jahrhundert, schreibt ihre Mutter. Und für die Frauensklavenarbeit nichts anderes. Sie schreibt an einer anderen Stelle, die Mutter das dreckbeseitigende Haustier mit Wut. Mit diesem Schicksal hat sie sich nie abfinden können. Ich habe also diese Frau beobachtet in ihren Ausbrüchen, in ihrem Zorn, in ihrer Verzweiflung. Und wir sprachen von den Millionen Müttern. Es ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Frauen so gewesen, die praktisch alleine die Kinder durch den Krieg gebracht haben. Die Männer waren nicht da. Die hatten alleine die Verantwortung für alles. Für die Ernährung, die Kleidung, die Unterbringung, alles mussten diese Mütter organisieren. Und dann kamen die Männer geschlagen aus dem Krieg wieder und mussten jetzt ihre Herrschaft wiederherstellen. Dann kommt das britanischste Jahrzehnt in der Geschichte Deutschlands, glaube ich. Das ist wiederum das Spezielle ihrer Mutter, dass sie sich in dieser Situation befreit von diesen gesellschaftlichen Zwängen und ja nicht nur diese zwei Liebhaber hat, dass die erste Liebschaft zu Ende geht, dann auch noch weiter. Dann geht es weiter, ja. Ich entgleite mir vollkommen, schreibt sie, dass niemand begreift, dass man sich in solchen Zeiten nicht mit mir auseinandersetzen kann. Daneben stehen und mich streicheln, das ist das Einzige, was hilft. Ja, das ist, das schreibt sie in diesen Phasen der Verzweiflung, wo sie gar nicht mehr aufsteht. Ich habe mich dann gefragt, haben wir sie denn so eigentlich gesehen, immer liegend in dieser Weirande auf dieser Couch, die praktisch ihr Aufenthaltsort wird, von dem sie gar nicht mehr aufsteht. Ich kann mich nicht erinnern, weil wir haben unsere Mutter ständig in Bewegung erlebt. Die Kinder sind ja entglitten, einer anderen Macht verfallen. Und das ist nun eine interessante, fast romanhafte Figur Willi, ein halbwüchsiger, paar Jahre älter, als sie selbst damals waren, der verleitet sie zu stehlen, sie und auch ihre Geschwister. Der verspricht ihnen, ihnen das Fliegen beizubringen. Der schwärmt etwas von einem Erzengel Michael, mit dem er da in engster Verbindung stünde. Eine merkwürdige, spukhafte Geschichte, aber damals sehr real. Ja, ich wundere mich auch beim Schreiben. Wie kann man, es fällt einem ja schwer, das zu glauben. Auch, glaube ich, dem Leser fällt es schwer. Wie kann man diesem ganzen Unsinn glauben? Aber Kinder leben in diesem Alter in einer halb mythischen und halb realen Welt. Jeder, der Kinder gehabt hat, weiß gerade dieses Alter mit acht. Und wir haben dem Willi das alles geglaubt. Wir haben dann, weil er, auch weil unsere Mutter wahrscheinlich zu selten da war, wir sind ihm gefolgt, haben die Speisekammer leer gestohlen. Und meine Mutter war verzweifelt und wollte nicht recht glauben, dass wir das waren, hat das Kindermädchen beschuldigt. Wie viele eigene Erinnerungen konnten Sie noch verwenden beim Schreiben? Können Sie sich erinnern an Hunger? Ja. Es gab Hunger, können Sie sich erinnern an Schläge? Sie wurden verprügelt von dem Dorfland, aber auch von der Mutter im Übrigen? Ja, von der Mutter eben. Das ist einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Das endete, unsere Beziehung endete, es war eine sehr intensive Beziehung, endete schlimm. Ich kam nachts um elf als Achtjähriger zu Hause. Ich war in einer anderen, einem anderen Macht verfallen, diesem Guru da, diesem 15-Jährigen. Und sie hat mich wüst verprügelt mit dem Draht, Teppichklopfer. Und am nächsten Tag, ich habe sie gar nicht mehr gesehen, sie fuhr weg und vier Wochen später war sie tot. Es ist aber kein sich abarbeiten, habe ich den Eindruck, sondern sie bewundern Ihre Mutter. Es ist fast eine Hommage an diese Frau. Ja, ich wollte ihr schon ein Denkmal setzen, das verdient sie auch. Und nichts hätte mir ferner gelegen, als mit meiner Mutter jetzt zu rechnen und zu sagen, was hast du bloß damals angestellt, du hast dich zu wenig um deine Kinder gekümmert und so weiter. Nein, ich wollte einfach verstehen, wie hat die damals gelebt und wie haben die das hingekriegt mit dieser Liaison à trois oder à quatre eigentlich, also zu viert. Da ist ja noch ihre Freundin mit involviert, ihre beste Freundin. In diesen wahnsinnigen Zeiten, das wollte ich einfach begreifen. Dass das ein Erinnerungsbuch ist, nimmt man zur Kenntnis, es macht das Buch authentisch, aber es könnte auch ein Roman sein. Ja, ich habe mich auch lange gefragt, sollte ich es als Roman schreiben oder so, wie es jetzt geschrieben ist. Und die Entdeckung der Briefe, diese späte Entzifferung der Briefe, die ich ja vorher nie gelesen hatte, die hat mich dann doch dazu gebracht, diese Briefe einzufügen oder einen winzigen Teil übrigens nur der Briefe einzufügen. Es wäre mir wie ein Verrat vorgekommen, das Material nicht zu benutzen und nur, um jetzt einen erstklassigen, rein, sozusagen chemisch reinen Roman zu schreiben. Es ist doch irre, dass wir noch an diesen ganzen Sachen feststellen. Ist das ein Sachbuch, ist es ein Roman, entweder oder? Das ist eine ganz altertümliche Vorstellung von Literatur, die da im Literaturbetrieb noch herrscht. Ich habe mich darum überhaupt nicht gekümmert. Das ist teilweise ein Roman, teilweise ist das ein Bericht und es ist recherchiert. Das ist ein Zwitter und das ist gut so. Vielen Dank.